Ryan, 22, professioneller Streamer, ist im Stream. Heißt du Officer Sexy? Weil ich Officer bin und Sexy bin. Okay. Augen zu und sagst von dir, ich glaube an mich und das dreimal. Immer ein Stück laut und dann gewinnst du safe. Okay, okay, mach ich, mach ich. Pass auf. Ich glaube an mich. Ich glaube an mich. Ich glaube an mich. Okay, wir gewinnen jetzt, Leute. Scheiße, ich muss flashen vielleicht. Ich hätte eher flashen sollen. Oder ich... Was? Okay. Okay. Ah fuck. Hallo? Habe ich? Okay, doch nicht. Ah, what? Okay, hat keiner gesehen. Lag. Leute, es hat gelaggt. Die Jugend darf man nicht sagen. Oh shit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hat er das gefällt, jetzt muss er nur sein Stun fehlen. Nein! Der wird uns so klar gemacht. Das ist der Witz. Ja, ist ja so. Ryan, direct dich. Oh Gott, zu Stun. Oh mein Gott. Chris, Leute, ich hab keinen Bock mehr. Nein! Nein! Junge, ich hab nicht mal Assists bekommen, weil er eine Ulti ihn schon gekillt hat. Ich hätte ihn auch bekommen mit Q Ignite. What the fuck? Oh, ich hätte Minions, ich hätte Minions! Oh mein Gott. Ich geh wieder abfahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Ryan. Oh mein Gott, Ryan. Oh mein Gott, Ryan. Ich glaube an mich. Okay, für Minions, lo ja. Let's go, Leute! Neun Zuschauer, Mann! Los geht's, Junge! Los geht's! 4K haben in Anfrage geschickt. Let's go, Alter! Richtig bomb! Aber nur noch 7. Ach, schade, scheiße. Du darfst die Motivation nicht hören, ey. Kommst du mal nach Hause! Ich hab Ruhe! Boom! Boom! Boom, Junge! Boom! Boom, Digga! Boom! 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 Oh, der ist auch tot! Oh, der ist so. Und so ziemlich keinen Wave hier gefühlt. Von daher bin ich so ziemlich easy eins für die zu gewinnen. Ah, jetzt machen die doch Perrin. Ja, dann haben wir auf jeden Fall verloren dann. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Keine 99 LP. Bitte keine 99 LP. Gib mir wenigstens 23. Plus 23, dass ich jetzt Promotion hab. Ich weiß nicht mal, wenn ich onern soll. Die waren alle kacke. Malseitig onern können. Bitte gib mir Promotion. Promotion? Ja, interessiert mich nicht. Interessiert mich auch nicht. Weil ich bin erst recht gezielt, wenn ich jetzt nur Ding ins Kriege hier. Wenn ich jetzt 99 LP hab. Und? Ist es, ist es deren Ernst? Ja, je mehr man schreit, desto mehr Schaden macht man. Ist die Sache. Hm. Das auch. Kann ich auch gleich demonstrieren. Pass auf. Du siehst hier zum Beispiel den Thresh hier. Oh, stimmt. Wenn du jetzt schreist. Dann macht man Damage. Jo. Brauch ich denn mit der Hilfe? Hilfe. Weil ihr verkackt habt. Ach, im Prinzip. Also. Ja. Okay. Ist das heute? Ja. Schon. Irgendwie schon. Jetzt gehts wieder. Okay. Perfekt Gibi. Aber ich glaube, dann will ich es nicht zugeben. Weg doch schon. Ich. 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 Ja. Du bist immer's heute. Halt die Fresse. Ich bin nicht's heute. Oh shit. Ich glaube, ich bin tot leider. Obwohl. Nee. Als ob. Als ob sie das überlebt hat. Oh shit. Oh. Ich bin so tot, Leute. Obwohl. Der hat halt locker noch sein E, oder nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck. Mein Herz. Sugar. Danke für die Sugar Emojis. Sie sind besser. Weil ich so zuckersüß bin. Oh jetzt flasht sie. Erst Ulti, dann Flash. Was denn noch, Mann? Was denn noch? Warte mal. Ah, die hat eh wieder ihren E ready. Oh warte mal. Teeh. Easy. Surprise. Oh mein Gott. easy ja, kostet immer schon Minion Damage hier ah shit ciao so oh easy alter, meine Maus und sowas buggerad irgendwie gefüllt hey, meine, alter, Maus Junge, holy shit er ist noch mit der Maus auf den Tisch gehauen keine Ahnung ob man es gehört hat, die hat einfach rumgebugt ich konnte die Maus nicht normal bewegen, die hat voll gezittert noch eins oder was, ein letztes nee, ich bin weg du bist weg ich bin weg so Fortnite? aber Ryan, bitte schlag mich nicht ich geh nur aus deinem Stream und spiel kein Mal mehr roll gehst du auch aus dem Stream? ja, ich WAS? WHAT? hm hm oh erst mal strecken ah gut Leute, war ein cooler Stream geile Clips die Clips habt ihr die warte das 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 war zu witzig habt ihr die habt ihr den Clip gesehen und dann wo ich meinte nö und wo wir wo ich was gesagt hab habt ihr das gesehen Leute wo ich meinte was und dann vor hat das wir gesehen? what the fuck das war einfach unglaublich ab ab auf ab 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 gab ab ab ARD Text im Auftrag von Funk